Kamil Reiter 666 fragt, wieso hat Allah Aisha als Ehrefrau für den Propheten erschaffen, wenn doch laut den Schiiten sie eine verfluchte Frau war? Alles was auf der Dunja ist, ist eine Prüfung und eine Versuchung. Allah SWT prüft dich, ob du in diese Haramsache fällst oder ob du Allah fürchtest und dich von dem Haram entfernst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017